Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich stelle euch heute eine Batterie vor und zwar die Mephistos Fire. Das ist die umgelabelte Niko Rino Batterie. Ich finde, das ist eine sehr schöne Batterie. Für 3,99 bei Norma gekauft mit 16 Schuss. Hier haben wir Kaliber 18 Millimeter. Macht wirklich gut was her, finde ich. Auch zum Aufwärmen sehr gut und deswegen werde ich sie heute auch einfach mal noch mal testen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Teil. Aber es ist eins mit was für eine Karte. Ja. 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 Ja.